guten morgen liebe frau mumpitz und ja du darfst natürlich schlafen im schlafanzug und ungewaschen und ohne zähne geputzt zu haben zuschauen das ist gar kein problem ich hoffe du hast gut geschlafen darf sich nicht so groß machen ich habe schlitzaugen das ist morgens echt immer lustig wenn man aufwacht so alles hell ich kann gar nichts sehen alles verklebt ist für euch nicht laut weil ich das für euch leiser gedreht habe aber für mich ist es ultra ultra laut naja hast du was schönes geträumt frau mumpitz ich habe eine kamera ernsthaft in deinem laden die brauche ich ich träume in animal crossing warum dauert denn das heute so lange es hat vorhin schon so lange geladen ich habe die gekauft darf ich die zumindest mal anfassen also wenn du sie nicht brauchst kaufe sie dir auch gerne ab gestern kein update gemacht doch schon guten morgen liebe bewohner es ist freitag der erste mai 2020 um 8 28 hier auf kekslande heute beginnt die mai feierei kommt alle ins service center und holt euch eure mai feierei tickets ein kleines dankeschön von luke ink an die inselgemeinschaft das wird toll ein trip zu einer weit entfernten insel etwas erholung dafür seid ihr schon hier naja es wird auf jeden fall sehr spaßig also sprecht mit herrn luke im service center so das war's für heute dann noch viel spaß euch allen noch mal manchmal mal in ruhe und sagt bescheid wenn wir übergeben wollen bist du schon am zocken oder was ich dachte du bist gerade erst aufgewacht krass musik gleich hier am start einen moment bitte dauert heute alles so lange naja wenn ich internetprobleme hätte dann könnte ich ja auch nicht streamen von daher da wird es nicht anliegen haare sehen heute aus komm mal nicht raus aus dem menü egal was ich drücke hatte ich auch noch nicht das erste mal oh nukes meilen program vielen dank dass sie das nukes meilen zusammen mit dieser nachricht erhalten sie den bestellten artikel machst du einen update oder download beim anderen spiel guck mal ob steam im hintergrund update das ist tatsächlich eine möglichkeit nö macht es aber nicht dann äh nein nukeshopping nukeshopping ein was Wir möchten Sie heute auf ein wunderbares, saisonales Angebot hinweisen. Ich habe gut geschlafen und ich muss nachher nicht arbeiten. Ich muss morgen 24 Stunden arbeiten. Nachdenklich. Ja, ich habe gut geschlafen und habe heute frei und werde den Tag genießen und einfach nichts machen und einfach zocken und rumgammeln und chillen und so. Das wird super. Dass sowas erlaubt ist, was 24 Stunden arbeiten. Oh, guck mal hier. Na ja, das Ding ist ja, dass du sozusagen bei den 24 Stunden Diensten zählt es irgendwie von 8 bis 16 Uhr als normale Arbeitszeit. Und danach beginnt eine Bereitschaftszeit, die gar nicht als normale Arbeitszeit gilt, auch wenn man tatsächlich die ganze Zeit da ist. Darum ist es dann erlaubt. Mann, ey, meine Augen sind noch gar nicht auf. Ja, das ist doch in Ordnung, dann lass sie doch zu. Hör mir einfach zu, lege das Handy neben dein Ohr und ich werde mit meiner wundervollen, hoffentlich, Stimme in dein Ohr säuseln. Liebe Frau Niesmuschel, es ist schön, dass du wach geworden bist und ich hoffe, du hast wundervoll geschlafen. Und Benni sitzt da schon so frisch. Naja, geht so. Geht so. Ich bin irgendwie relativ früh wach geworden heute. Oh mein Gott, was ist das denn für ein crazy Kleid? Der Laden hat noch nicht mal offen so früh streamig. 9 macht er erst auf. Wer streamt denn zu so unmenschlichen Zeiten? Hallo Leon, guten Morgen. Wo ist das Frühstück mit meiner Bananenmilch? Gibt's nicht. Musst du dir selber machen. Hallo, willkommen im Nukesladen. Ich dachte, ihr wollt vielleicht mal umbauen. Wie wäre es denn damit? Ich habe schöne Dinge geträumt. Was hast du denn geträumt? Was können wir heute für dich tun? Rübenpreise? 59 Sternis pro Rübe. Dann werde ich mal dieses komische Schildchen da kaufen. Dinge, die nie passieren werden. Oha. Erzähle doch mal, Frau Muschel. Du kannst uns doch nicht so teasern und dann sagen, Och nö. Och nö. Erzähle ich euch nicht. Oh, guck mal. Ein Papierschirmchen. Eine schick T-Zimmerwand. Die nehm ich mal. Sandsteinboden. Die wollen offensichtlich noch nicht ihren Laden ausbauen. Das ist aber sehr schade. Dabei spiele ich doch jetzt schon über 30 Tage. Guck mal, der Blumenmann ist wieder da. Vielleicht noch einen Busch dazu. Azalee. Ich, wir waren verreist. War zwar nur Leipzig, aber war trotzdem schön. Oh. Aber warum wird das nie passieren? Stechpalmsetzling. Der ist auch ganz schön eigentlich. Das ist doch ein bisschen winterlich. Elbchrysantheme. Rotlilie. Rotchrysantheme. Grinenlilie. Osterlilie. Weißchrysantheme. Die habe ich alle schon. Aber du hast ja einen Laden noch keine 30 Tage. Ach so. Dann habe ich den Laden gekriegt am dritten Tag oder so. Hallo Thomas. Guten Morgen. So. Die Mai-Feierreihe beginnt. Oh. Mal leben. Mein Laden wurde gestern umgebaut. Ah ja. Oh, guck. Baby. Bip, 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 baby. Nuke Shopping. Ich guck mal den Balkonteich. Campingtisch. Wird man sowas haben? Ich weiß es nicht. Oh. Das ist ja süß. Das Teddy-Shirt. Das ist boofy. A.K.A. Orienzong. Aha. Saisonale Muttertag-Tasse. Ja. Die Muttertag-Tasse. Interessiert mich jetzt nicht so. So. Wie geht es euch? Thomas, mir geht es gut soweit. Vielen Dank der Nachfrage. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Also ich habe zumindest gut geschlafen. Und habe heute frei. Alletude. Lila-Rosa. Oh. Du bist doch sicher für dein Mai-Feierei-Ticket hier. Habe ich recht, Jakobki? Anlässlich der diesjährigen Mai-Feierei bekommt heute jeder eins, der lieb fragt. Wo wir gerade beim Thema sind. Weißt du, was der Mai-Feierei überhaupt gefeiert wird? Äh. Nein. Oh. Dann verrate ich es dir schnell. Hm? Mit der Mai-Feierei bedanken wir uns bei all denen, die hart arbeiten. Wobei meine Mai-Feierei-Tour keine harte Arbeit, sondern eher vergnüglichen Freizeitspaß bedeutet. In meinem Reif-für-die-Insel-Paket wollte ich die Möglichkeit bieten, ein sorgenfreies Leben zu führen. Und ich bin mir sicher, das ist mir auch gelungen. Aber ich habe dabei auch viel Hilfe von den wunderbaren Bewohnern unserer Hilfe bekommen. Insel. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass in unserer Insel eine Menge harter Arbeit steckt. Ja, ja. Jetzt Dankeschön hat Nook Inc. eine besondere Tour für Inselbewohner vorbereitet. Und zwar die Mai-Feierei-Tour mit vergnüglichen Aktivitäten, die dir bestimmt gefallen. Also ab ins Flugzeug und auf zu einem entspannten Kurztrip. Das hast du dir verdient. Ich habe ein Mai-Feierei-Ticket für dich am Flughafenschalter hinterlegt. Es ist bis einschließlich 7. Mai gültig. Also hast du bis dahin Zeit, die Reise anzutreten. So, das war alles, was ich dir sagen wollte. Soll ich es noch einmal wiederholen? Äh, nein? Danke, ist recht. Würde hinterher gern hören, wie dir der kurze... Gefallen hat, aber erst mal wie fast in der Mai-Feierei-Tour. Okay. Vielleicht bin ich doch noch ein bisschen müde. Ich weiß es nicht. Geht so, danke. Was ist denn los, Thomas? Achso, da gab es irgendwas mit Familie und Krankheit, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Okay. 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 Dann verwechselst du was. Okay. Gut, dann war das irgendjemand anders. Tut mir leid. Ähm... Ja, wollen wir direkt auf die Mai-Feierei-Ticket-Insel? Nö, kommen wir. Wir machen erst mal ein bisschen Obst und so. Das Übliche. Hallo, wo ist Tarnis? Keine Ahnung, im Bett oder so? Sehr gut, Thomas. Also der zweite Teil des Satzes ist der erste Teil, ist natürlich trotzdem doof, aber wenn das gut behandelt ist, ist doch in Ordnung. So, mach ich keine Schaufel mehr. Ach stimmt, die ist gestern kaputt gegangen, weil ich die ganzen Blumen hin und her ge... Oder vorgestern. Hin und her ge... Dings da... Oha, das ist ein neuer Käfer. Ein Mai-Käfer bestimmt. Oho, ein Geigenkäfer. Der sieht aus, als würde er mehr tüchtig die Meinung geigen. Oha. Aber eine Frage. Weiß jemand, wie ich einen laufenden Geschenks-Sub kündigen kann? Ein Geschenks-Sub? Läuft doch automatisch aus, wenn du das Geschenk bekommen hast. Da passiert doch nichts weiter. Ansonsten kannst du bei Twitch oben rechts auf Abonnements klicken und da siehst du alle deine Abonnements und da steht irgendwo dann automatisch, ähm, ähm, weiterführen und da kannst du draufklicken und da... Oh, kann ich dir einstellen, dass es sich nicht automatisch verlängern soll. So eine Schaufel wollte ich basteln. Ich glaube, Hartholz war es, was man braucht. Benni weiß das ohne zu gucken. Ah, ich bin ja auch Twitch-Profi. Äh, so. Schaufel. Juhu. Ah, wie gesagt, wenn du einen Sub geschenkt bekommen hast, dann musst du eigentlich gar nichts machen, weil das einfach wieder ausläuft. Weil ich jemanden defollowen will, der sich sehr ins Negative entwickelt hat. Oha. Ist aber nicht gut, Thomas. So, jetzt wollte ich eigentlich die Schaufel, um das fossile Ding auszugraben. Tudu. Warum denn, wenn es ein Negative entwickelt, wenn ich mal so neugierig nachfragen darf? Wenn es nicht erzählen wird, ist das auch in Ordnung, aber es interessiert mich ja schon, was es so für Gründe gibt, warum man da Abstand voneinander nimmt. Oh, guck mal, so ein komischer Wasserläufer. Hihi. Der ist ja lustig. Oho. Ein Wasserläufer. Das Leben hat dir nichts genützt. Du hättest dich nicht hetzen müssen. Das Laufen hat dir nichts genützt. Achso. Sagst du dir mal direkt, wie man das dann macht? Hier bei Benni, da musst du auch bald defollowen, weil er nicht mehr so oft miest. Oh, wow. Frau Muschel. Wenn du mich jemals defollowen solltest, dann werde ich in den Wald fahren und mich eigenständig wieder folgen. Jetzt macht sie es wahrscheinlich, damit ich in den Wald gefahren komme, weil das schon so lange her ist. Aber ich kann auch nichts für Corona. Nein, Muschel hat ja gelernt, das ist doof. Jetzt zählt wieder neue. Ja. Da fängt der Zähler von vorne an zu zählen. Oha, ich denke tatsächlich drüber nach, ob es mir das wert ist. Na ja, ich komme auch so irgendwann mal wieder in den Wald gefahren. Huch. Nein, nicht in den Geldbeutel. Oh Mann. Warum kommt denn jetzt keine Musik? Das ist doch alles komisch. Irgendwie funktioniert das mit den Alerts in letzter Zeit nicht so. Ronny, vielen Dank für den Sub an Thomas. Ein guter vielen Dank für den Support. Thank you. Turin Lou revanchiert sich für das Geschenkabo von Lawless Gaming mit einem Geschenkabo an Thomas. Lustig. Zehntausend und tausend. Ich habe ihm sehr oft geholfen auf Twitch, dass er neue Follower bekommt oder durch Spenden für seine Ausrüstung. Bin zwar noch Mod bei ihm, aber nun behandelt man mich wie Dreck. Hm. Okay. Das hätte ich nicht beachtet oder was? Das klingt auf jeden Fall nicht so gut. Ja, lieber Ronny. Oh nein. Jetzt habe ich die schwarze Tulpe abgebrochen. Was ist denn heute los? Ja, lieber Ronny. Vielen Dank für deinen Sub nochmal. Das ist sehr freundlich. Ich danke dir. Oh, wie mal Trübe. Vielleicht kann ich die anstellen. Ist in der Hüche. Oh, meine Fresse. Vielleicht sollte ich mich doch einfach wieder ins Bett legen. Ach, sollte ich mit Blumen dekorieren zufällig? Ja, Mensch. Auch und immer, wenn ich in seinen Streams bin, ist der angewidert und extrem genervt von mir. Okay. Das ist, äh, scheiße. Das tut mir leid. Ja, ich gehe wieder ins Bett, so wie ich. Okay. Dann gehe ich gleich wieder ins Bettchen. Angewidert. Das klingt schon echt fies. Die Muschel, die da unten liegt, bekommt man nie zu fassen. Die zwischen den Items rumliegt. Morgenstunden hat Sternis im Mund. Diese Lüttke, diese Lüttke, der gerade von Montpezino zu Besuch war, ist irgendwie falsch übersetzt. Ja, beide müsst ihr wirklich recht gut befreundet sein, wenn sie deinetwegen so weit anreist. Es wäre ersprießlich, wenn sie unsere Insel weitere Besuche abstatten würde. Liebe Frau Lüttke, es wäre ersprießlich. Aber in medizinischen Themen soll ich helfen, wegen Tabletten oder Hustensafte, weil sie einnehmen darf, wenn sie abgelaufen sind. Sehr komische Themen. Okay. Naja, gut, aber du hast natürlich recht, wenn sich irgendwie das Ganze so ein bisschen auseinandergelebt hat und man sich nicht mehr wohlfühlt, dann sollte man eben getrennter Wege gehen. So ist das manchmal im Leben. Ich werde anders genannt übersehen und jetzt fangen die Spiele auch noch an. Ich denke, ich glaube ich mal an Medizin nachher. Bei mir kann man Rüben für 164 Sternis verkaufen. Sehr gut. Deswegen will ich sein Gift zerbündigen. Aber ich glaube, das kriegst du nicht weg. Das bleibt einfach bis zum Ende da. Hey, tut mir leid wegen dem Chaos. Ich habe leider noch keine Zeit. Achso, ja. Ein Boomerang, den habe ich aber schon. Weiß das nicht jeder? Es ist echt immer allen einen Schritt voraus. Und ich einen hinterher. Ha, am besten entschuldige ich dich gleich für den Fettfleck, den ich darauf gemacht habe. Corona ist aufgebrochen auf Kekslande. Ja, wir haben Patient Nummer 1. Alle zu Hause bleiben zwei Wochen. Wie heißt eigentlich deine Insel? Kekslande. Nennen wir das nicht Patient Null? Patient Zero, ja, stimmt. Hast recht, aber eigentlich ist es ja der erste Patient, ne? Nur so aus rein logischen Gedenken, Gedanken, müsste es Patient 1 sein. Aber gut, das ist schon logisch. So, ablegen. So, ihr wollt ja noch das Geschenk aufmachen. Ein Noob-Phone-Gestaltungs-Kit. Was auch immer ich damit machen kann. Eigentlich, aber nur eigentlich. Manchmal, aber nur manchmal. Abendfrau, nein, ja. Egal. Erstmal einen Kaffee und dann ohne Hose vor dem PC. Haha. Die Muschel. Ist ja nicht süß, die kleine Muschelfrau. Die ist schon schnuffelig, muss man sagen. Da sagst du nichts. Ich brauche erstmal die Brille, Zähne geputzt, umgezogen und dann Kaffee. Auf jeden Fall lasst dir schmecken, Frau Muschel. Bild bitte, Belege müssen sein. Was willst du denn basteln? Alter, was ein riesen Schmetterling. Baby. Oho, ein Vogelfalter macht der Origami-Vögel. Bitte bitte, sagt nicht Zähne angezogen. Nee, gibt Zähne geputzt. Was hast du für tolle Tiere? Ne, sie sind jetzt im Mai. Mai-Tierchen. Fische gibt's bestimmt auch neue. Warum muss ich nachher auch mal angeln? Ich weiß jetzt, was Emotionen sind. Sehr gut, Johnny. Endlich weißt du das auch mal. Mann, das Spiel ist so laut auf meinem Ohr. Ist wirklich unfassbar. Wurdest du schon mal von Wespen gestochen? Ja. Einmal im Leben wurde ich aktiv von der Wespe gestochen. Also so im Flugmodus, Angriffsmodus. Und einmal bin ich irgendwie barfuß durch den Garten gelaufen. Und da hing an so einem Strauch das Unterleibsteil einer Wespe. Und das verhakte sich dann so in meinem Fuß. Und dann konnte ich quasi noch zugucken, wie das Gift da in mein Bein reingepumpt wurde. Das war auch irgendwie crazy. Also sie war wirklich abgetrennt, der Unterleib. Aber es hat trotzdem noch funktioniert mit dem Gift reingepumpen. Völlig verrückt. Denny hat Emotionen auch erst bei Animal Crossing gelernt. Ja, das stimmt. Der Leon hier überall einfach die Bäume zwischen die Fichten gepflanzt hat. Mann, Mann, Mann. Dann lässt man einmal jemanden aus seiner Insel und dann ist gleich alles anders. Ah, der ist ja auch schön. Oho, ein Japan-Schillerfalter. Du hast eine schillernde Zukunft in meiner Sammlung. Junge, heul nicht. Das klatscht gleich. Wurde schon mal von einer Wespe gestochen, als ich noch schlief und wurde vom Stich geweckt. Alter. Das ist ja krass. Dabei sagt man doch, die sind so gechillt, wenn man sich nicht bewegt und so. Aber offensichtlich können die auch schlafende Leute böse finden. Hallo King Kong. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht dir gut, mein Lieber. Hi, hübscher sagt er. Hi King. Oh gut. Wahnsinnig gut, ich könnte auch mal wieder Urlaub vertragen. Ich glaube, ich habe wieder erst im Juli oder August verlobt. Benni ist ja auch hübsch. Oh, der Thomas. Danke schön, lieber Thomas. Kenne ich den schon, ja, oder? Wies ich auch nicht. Nein, ich höre kriege. Ein Schwalbenschwanz. Ja. Endlich darf ich zu Hause bleiben. Ja. Ich habe auch Urlaub. Heute ist Tag 1. Wie lange hast du denn Urlaub eigentlich, Frau Muschel? Vor allem, wie du schon wieder Urlaub hast. Wir hatten doch letztens gemeinsam Urlaub, Frau Muschel, eine Woche. Und jetzt hast du schon wieder... Und jetzt hast du zwei Wochen Urlaub? Ist ja unfassbar. Tja. Damit ist hoffentlich dein Jahresurlaub dann vorbei. Entschuldigung. Ist noch viel zu früh, um so rumzuschreien. Ich habe morgen freigenommen. Äh... Ich nicht. Ich muss morgen arbeiten. Amsterdam, Berlin, Nordsee waren geplant. Ja, das ist schon echt scheiße momentan. Alle diese Sachen, die man so geplant hat. Dass die einfach alle den Bach runtergehen. Ah, ja. Tja. Schon nicht so geil. Den Schwalbenschwanz kann ich ja wieder freilassen. Wir haben hier bei Georgien geplant. Georgien klingt ja auch krass. Warum gerade Georgien? Wie kommt man da drauf? Statt Amsterdam zuletzt eigentlich Island. Freunde besuchen. Hm. So kannst du wenigstens gut um meinen Schuss bringen. Der Leon ist wirklich auch sehr liebreizend immer. Moin, Yumi Poro. Guten Tag. Ich will mal die Muschel fallen. Passt am besten an den Strand. Eine Wiese. Oha. Ist das ein Boden oder was? Wie geht's dir, Yumi? Wiese. Das ist tatsächlich... Das ist eine Wand, oder? Summelboden. Summeltapete. Achso, das... Na gut, dann ist es ein Boden, ja. Eißig und kaut. Ich gehe frühstücken. Lass dir schmecken. Meine Mutter hat morgen ihren 60. Geburtstag und da will ich ihr eine riesen Freude machen, da sie glaubt, ich muss bis 20 Uhr arbeiten, wenn ich zu ihr fahre und 60 Rosen überreiche. Oh. Das ist ja süß. Wenn man einfach fallen lassen wird, wird wie eine heiße Kartoffel. Also vom Leon jetzt, oder was? Weil er frühstücken geht. Ja. Guten Morgen, ihr hübschen Eugen. Hallöchen, gehübscher. Guten Morgen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Gut, wir sind schuldgraben. 20 Seiten. Worüber musst du denn schreiben? Wie ich schon wieder neugierig bin. Achso, eine Muschel an den Strand gebrochen. Ja, ja, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ha. Ich heb dich ja auch wieder auf. Ich hatte noch keinen Platz mehr. Ich hab so eine Zeitschrift abonniert. Die zeigt mir, wie cool Georgien ist. Wäre gern rumgewandert. Solche Orte besucht der typische Deutsche nicht. Stimmt. Kikio 2019, danke dir für deinen Follow. Und ich weiß nicht, was mit diesen blöden Alerts los ist. Das ist doch scheiße. Stream Alert ist doch hier drin. Stimmt, das hatten wir beim letzten Mal schon. Und dann wollte ich das eigentlich gucken. Na, jetzt geht das Fenster auf der falschen Seite auf. Wir mussten mir dringend eine Dschungeltapete bauen. Ich will ein Dschungelzimmer. Echt? Dann kann ich ja gleich noch ne Wiese mit dazu bauen. Also, heute irgendwie nur mit halben Alerts. Ich weiß auch nicht, was da los ist. So, über Teamarbeit und Team an sich. Bei mir auf der Arbeit. Arbeit in der Altenpflege. Ah, cool. Medizinischer Bereich. Mal gut. Teamarbeit und Team an sich. Die 4,56 Stunden, die ich geschlafen habe, waren toll. Ich habe so... Naja, sieben vielleicht geschlafen. Ich habe Dschungelboden, okay. Na gut. Gut, das haben wir also alles schon nachher sichtigt. Ich will etwas stiften. Hallo Kollege. Der Thomas auch, ja. Ja, stimmt. Anstellen. Hier neue Käferchen. Ah, das passt schon. Ich habe 9 Stunden geschlafen. Vielleicht sogar 10. Alter Muschel, das ist aber sehr ungewöhnlich für dich. Du bist noch in der Ausbildung, Juni? Oder warum Schule? Berufsschule nehme ich dann mal an. Oh, 9. Die Schneiderei hat auf. Ah, sehr gut. So, wir müssen aber erst nachher die Fossilien ausgraben. Mr. Eugen ist online. Gucke mal. Ich war sehr erschöpft. Von was denn? Oh, Muschel. Gehen wir heute irgendwann auf hohe See? Oder hast du keine Lust? Ich hätte Lust, mal wieder zur vierten Runde rum zu segeln. Es war sehr schön letztens. Ich habe noch den alten Lehrgang und mache Pflegefachkraftausbildung. Ich dachte, es gibt nur noch das Gesundheits- und Krankenpfleger-Ding. Wenn wir tun. Juhu. Wow, der sieht aber groß aus. Oh, putz. Super, eine Flunder. Ach, die Orgel. Stimmt. Stimmt, die muss ich mir noch abholen, Eugen. Wenn man letztes Jahr, so wie ich, im Oktober eingestiegen ist, so hat man noch den alten Ausbildungstitel. Okay. Und letztes Jahr im Oktober hast du angefangen. Und das geht drei Jahre? Oder wie lange geht das? Ja, sehr gut. Dann auch von mir viel Erfolg dabei und viel Spaß. Ich hoffe, es ist das, was du dir erwünscht und erhofft hast. Erwünscht vor allem. Wie wünscht. Keine Ahnung. Was hat dich dazu gebracht? Hast du eine medizinische Familie? Oder einfach so Interesse von dir aus? Bei mir hat das einen Grund. Was ist denn dein Grund, Thomas? Dann möchte ich noch studieren und Weiterbildung machen. Bin also noch locker, so an die sechs Jahre am Lernen. Meine Oma hat sich um meine Urgroßeltern gekümmert. Aber ich mache das ansonsten nur in der Caritas-Familie. Ach, cool. Und was willst du dann studieren? Was soll ich sein? Ein Fossil, zwei Fossil. Ja, ja, die kulturelle Entwicklung von Kekslande, ich weiß. Bachiosaurus-Becken und Mega-Cerops-Schädel. Sehr gut. Wir müssen mal hier reingucken, weil ich habe ja jetzt schon wieder viele neue Fossilien entdeckt. Mal gucken, ob die Dinosaurier da schon so ein bisschen vollständiger sind. Auf jeden Fall der erste Raum hier ist schon gut ausgestattet. Was ist denn das für eine Seegurke hier? Da habe ich schon so angezeigt. Naja, auf jeden Fall, hier ist schon alles voll bis auf eins. Brass. Zeig mal. Pflegewissenschaften und Pflegemanagement. Cool. Das klingt gut. Soll ich eine Krone für eine Million kaufen? Krone hätte ich auch gerne, aber ich hätte gerne die große, nicht die kleine. Aber hier fehlt nur noch das Hinterteil von dem. Hier fehlt das Vorderteil. Die Schildkröte ist fertig. Das Fliegeding ist fertig. Das, der Stegosaurus ist das, glaube ich, ne? Ist auch fertig. Ankylosaurus ist fertig. Hier fehlt das Mittelteil. Da fehlt das Hinterteil. Ja, cool. Auf jeden Fall alles schon ziemlich weit vorangeschritten hier. Oh, guck mal. Ist ja nice. Die beiden Großen sind fertig. Brachiosaurus ist wirklich brachial. Den müsste man nochmal vor das Museum stellen. Diplodocus. Dennis, 009, danke dir für deinen Follow. Es tut mir leid, dass heute keine Alerts da sind. Die sind irgendwie kaputt. Oder du machst auf, Benni, und wir bringen dir deine Sachen. Ja, ich mach gleich auf. Ich hab ja jetzt alles eingesammelt. Ich hab die Frauenkrone und die Herrenkrone. Die Herrenkrone noch... ...helfmal. Dann hab ich nur noch 750.000 Sternis. Ey, Muschel, warum hast du eigentlich so viel Geld? Ich hab meinen Kredit noch nicht mal abbezahlt. Ich hätte dann nur noch 200.000 oder so, wenn ich den abbezahle. Der ist wie so ein Schwein. Mega-Zerox. Riesenhirsch. Was hast du eigentlich so im Aquarium? Ja, Rübenhandel. Aber ich hab auch Rübenhandel gemacht. Hm. Hab mir immer mehr als eine Tasche vollgekauft. Aha! Da haben wir es ja wieder. Achso, sorry, Thomas. Ich hab gerade angefangen zu lesen. Und dann hab ich erst mal den Rest gelesen. Und dann war mein Gehirn schon wieder woanders. Äh, mein Großvater starb 98 an Krebs. Da ich schon immer eine sehr soziale Ader habe, habe ich ihn mit meiner Großmutter leider auch 2017 verstorben. Die pflegte ich auch. Und meiner Mutter gepflegt, dass er verstorben ist. Da war ich erst 9 und versprach ihm, dass ich in die Pflege gehe. Sagt er nur noch, mach it. Du machst uns stolz. Oh, wie süß. Hm. Ähm, ja, also dieses Pflegen zu Hause ist schon eine krasse Nummer irgendwie. Also es ist voll schön für diejenigen, die denn da gepflegt werden, weil es, glaube ich, nichts Schöneres gibt, als im Kreise seiner Familie zu sein und nicht halt irgendwie im Krankenhaus oder so. Ähm, aber für die Familie an sich ist das natürlich schon eine große Nummer, weil so jemanden zu pflegen, der auch wirklich pflegebedürftig und aufwendig ist, ist schon... Das ist schon viel Arbeit, aber schön. Auf jeden Fall. Großeltern sind halt ein guter Grund für Pflege. Ja, das stimmt. Ich weiß halt, dass... Also bei meiner Urgroßmutter, die haben wir auch immer besucht, aber die haben wir jetzt nicht immer gepflegt oder so. Die hat sich relativ alleine zu Hause versorgt, aber wir waren dann halt immer da und haben hier so ein bisschen den Einkauf gebracht und dies, das. Ähm, ja. Ja, also so spannend ist mein Aquarium hier gar nicht. Die großen, ganz großen Fische habe ich noch nicht. Hier fehlt auch noch was. Ja, Eugen, also da gibt es noch einiges zu fangen hier, würde ich sagen. Oder nix von beiden. Ja. MBD. So, dann mach ich mal auf. Den kenn ich schon, den Krabbelkäfer. JWD. Ich bin weiblich, nennen wir es mal so. Weiblich, ja stimmt, kann man auch sagen. Weiblich, männlich, divers. Was ich mich letztens gefragt habe, als ich... Achso, ich habe von Tom Luke ein Mai-Feier-Rei-Ticket mit dem Jama-Kobi draufgehalten. Das wäre dann also deins. Wenn du es einsetzen möchtest, sag einfach, ich möchte fliegen. Äh, ich bin letztens an... Ich wohne ja in der Nähe von... Also relativ in der Nähe von Hauptbahnhof. Und da bin ich hingelaufen. Und da sind so Schilder. Ach, werde Ingenieur, werde dies, das. Bahnfahrer und so weiter. Und da steht halt immer, Bahnfahrer und Ingenieur, MBD. Was ja, äh, mittlerweile relativ normal ist, dass es immer dahinter steht. Aber, ich habe mich dann so gefragt, warum ist es eigentlich MWD und nicht WMD oder DWM oder DMW? Bahnfahrer sein kann jeder... Oh ja, ist ja... Meine Fresse! Zugführer. Die rechthaberische Muschel wieder hier. Bei mir sind gar keine neuen Tiere. Oh. Was, äh... Kommt davon. Sind das deine Fische, Benni, oder wessen sind das im Aquarium? Die habe ich alle schon gefangen. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann gefragt, finden Frauen oder könnten Frauen das nicht diskriminierend finden, wenn dann immer M vorne steht und W an zweiter Stelle? Oder die diversen Leute, warum stehen die ganz hinten? Die könnten sich ja dann auch wieder beschweren. Ich meine, sie wären jetzt aufgelistet, aber ganz hinten... Es ist schon nicht so einfach. Müssten es nicht glückscheißen. Irgendjemand muss hinten stehen. Ja, aber man könnte es ja abwechseln. Zum Beispiel sind da ja drei oder vier Schilder und da könnte man ja einmal MWD, einmal WMD, einmal DMW, einmal DWM schreiben. Ne? Übereinander. Das ist auch schwierig. Das ist auch schwierig. Weil wer ganz oben steht... Ne? Geht nicht. Man muss das doch verstehen. Ja, aber es gibt ja immer so Leute, die sich darüber aufregen, über solche Dinge. Und darum kam mir so dieser Gedanke, ob es so Menschen gibt, die das dann aufregt, dass da die bestimmte Reihenfolge eingehalten wird. Direkt übereinander auf einer Stelle. Ach so. Oh, jetzt kommt hier wieder jemand zu Besuch, ey. Apropos klugscheißen. Warum sagt man klugscheißen, aber nicht klug pinkeln? Oder dumm kacken? Wow. Am besten nix hinschreiben. Ja, das kann man auch machen. Luftikus, Luft, Lütke. Oh, ich hab die Mütze vergessen. Oh, ich hab die Mütze vergessen. Oha, ich hoffe, ich stürze etwas ab. Oha, Thomas, wie fies. Ja, ich muss mal im Bärchig Medizin bringen. Da hast du völlig recht. Zeit für einen Kaffee. Oh ja, eigentlich könnte ich mir auch einen Kaffee machen. Also ein Latte Macchiato. Oh, guck mal, wie die Mompitz ein Matrose ist. Eine Matrosin. Was ist eigentlich die weibliche Form von Matrose? Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit ohne Punkt und Komma? Na, aber Flash. Mit Pflaster. Ja, die Frau Mompitz hat immer ein Pflaster im Gesicht. Guck mal hier. Da ist mir gestern, dachte ich gestern so, naja, so ein Armbindenhemd. Ob das so gut ist? Das erinnert mich an eine gewisse Gruppierung, die vielleicht nicht so... Oh, guck mal, das ist der perfekte Pulli für Leon. Und der ist gar nicht da. Er hat nämlich auch immer so Kopfhörer. Ähm, ja. Ja, jedenfalls diese Gruppierung, da dachte ich so, naja, muss jetzt nicht unbedingt sein. Jeder Hut. Also den Hut würde ich auf jeden Fall... Den würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Business Schuhe. Oh, nice. Frauen mag ich nicht so. Aber schwarze Business Schuhe ist schon gut. Alltagsstrumpfhose. Hühnchensock. Mantapushi. Aha. Mit Sei-Outfit. Bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam-bam. Basiert sie sich? Oh, was ist das denn? Ist das ein angebissener Keks? Oh, wie cool. Eichelhut. Hallo? Whatsapp. Ja. Hallo, Mumpi. Oh. Oh, Entschuldigung. Meine Frisse, was ist denn los? Oh, danke, Frau Mumpitz. Was kriegst du dafür von mir? Hernsehkamera ist perfekt. Spielwagen? Nix. Aber Frau Mumpitz... Nimm bitte die Karauschi-Schnecken. Wie sie mich alle angucken. Irgendwann komme ich und bitte um einen Gefallen. Okay. Oha, das ist ja wie bei Rumpelspielzchen. Und dann willst du meinen erstgeborenen Sohn haben. Tseh. Ich glaube, die Nase kriegst du noch eins drauf. Nee, möchte ich aber nicht. Das möchte ich nicht. So, die Fernsehkamera müssen wir direkt mal positionieren. Boah, die ist ja mega. Geil. Vielen Dank, Frau Mumpitz. Richtig gut. Was brauchst du für die Dschungeltapete? Kleingehackte Muscheln. Pleite suchen Eugen. Ach, das ist ja auch süß, der Titel. Twitch. Ich guck gleich mal nach. Mein Zwilling kommt... ...angereist. Wie immer noch als Rapper unterwegs ist, der Eugen. Lütke, sicher, dass das Spiel ab 6 Jahren ist und nicht 18? Warum? Oh mein Gott, die kann man sogar anmachen. Wie mega. Geil. Die Kamera ist wirklich perfekt, Frau Mumpitz. Vielen, vielen Dank. Perfekt für mein Studio hier oben. Hi Eugen. Los, leg dich hin. Nein, das hatten wir letztens schon. Lütke Mumpitz, irgendwann komme ich und bitte um einen Gefallen. Du meinst ein sexueller Gefallen? Nee. Nee. Das passt nicht zu der Form Mumpitz. Was hat denn das gekostet, Eugen? Sag mal. Drehorgel. 7000 oder so, hat sie gesagt. Ich habe keinen Platz mehr im Infantar. Erstgeborene oder so. Ja. Take it. Am Anfang 5, dann 7, jetzt wahrscheinlich 10. Genau. Jetzt habe ich auch 10 hingeschmissen. Der Eugen kann es gebrauchen. Er ist ja noch am Anfang des Spiels unterwegs. Achso, ich wollte gucken, was die Dschungeltapete braucht. Und Kraut 15, Holz 3, Hartholz 3, Weichholz 3. Und Kraut 15, Holz 3, Hartholz 3, Weichholz 3. Und Kraut 15, Hartholz 3, Weichholz 3, Holz 3. Ich habe noch mehr tolle Sachen. Brauchst du die Orgel? War 5K. Ja, die Orgel. Ich habe dir da 10.000 Hände geschmissen. Luscht. Geht. Will ich das mitbringen oder hast du das da? Habe ich da, glaube ich. So, stelle mal denn die Orgel hin. Hier vielleicht. Also kann ich ja jetzt eh nicht, weil ihr ja zu Besuch seid. Was ist das? Topladerwaschmaschine. Schmuckstand. Bambushut. Aber ich muss erst mal kurz was verkaufen. Sekunde, ich komme nicht wieder. Sekunde. Den Bambushut würde ich auf jeden Fall gerne mal angucken. So. Hm. 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 Werkzeugkasten. Luftzirkulator. Wasserkühler. Das habe ich alles noch nie gesehen. Geil. Schmuckstand. Bambushut. Ich lege das gleich wieder hin. Ich wollte es nur mal angrabbeln alles. Bambushut tragen. Ach, lustig. Hahaha. Können wir die anderen hier auch mal angrabbeln lassen. Spielwagen. 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 Nicht den Spielwagen. Was ist denn ein Luftzirkulator? Was ist denn ein Luftzirkulator? Werkzeug. So. Können die anderen auch mal grabbeln? Guten Morgen, Kasu. Hallo. 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 Kollegen. Du musst mir mal was an mein Brett hier schreiben. Oder hast du das schon mal gemacht? Von Leon? Von Darlene? Von Aschi? Nee. Ganz bald. Ja, da können die anderen ja mal angrabbeln. Wenn die das auch noch nicht gesehen haben. Wie geht's dir, Kasu? Hast du gut geschlafen? Fragezeichen. Niesmuschel... Äh, Muschel ist jetzt online. Äh. Pöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpöpapapapapapipipipipel. Ah, irgendwie bin ich heute eine Mischung aus aufgedreht und müde. Das ist ein bisschen strange. So, ich sollte ein Dschungel-Dings machen, dafür brauche ich einen Dschungel-Ding-Bau. Mir geht's supi, sehr gut. Halöle, ihr Saisonarbeiter, lustig, oder? Wegen der neuen Saison. Hi Daniel, moin. Geht's dir gut? Mir geht's gut soweit. Ich habe gestern gearbeitet, habe heute frei, habe morgen 24-Stunden-Dienst. Morgen wird dann nicht so gut, aber ich freue mich, dass ich heute frei habe. 374 von 1600 bei Benni, mein Lager hat schon 1400 Items. Ja Daniel, du hast ja auch sämtliche Mode-Accessoires in sämtlichen verschiedenen Farben, dass es kein Wunder ist, das Lager voll ist. Sind die Sachen nur zum Angrabbeln? Ich würde die erstmal nur zum Angrabbeln für alle da liegen lassen, wenn ihr dann irgendwas davon haben und mitnehmen wollt, könnt ihr das auch gerne tun, die sind ja von Eugen. Genau, die Muschel möchte auch noch angrabbeln. Wenn ich anfassen bin dabei. Kostet 2,50. Hi Zonne, moin. Darf ich deinen Wohnzimmerboden mal begrabbeln? Mein Wohnzimmerboden? Ähh Du musst ich den ja erstmal abkratzen. Vom Boden. X5. Oh cool, danke. Aber kannst du machen, Eugen, ich kratze den mal kurz ab von der Wand. Was ist das für ein Boden? Ich habe nur noch bis zum 3.5. frei und von dem 4.5. bis dem 8.5. muss ich trotz Homeschooling arbeiten. Da habe ich jetzt schon keine Lust drauf, weil ich eigentlich nicht mal hin müsste. Ich habe die ganze Zeit ganz normal gearbeitet. Antonia, danke für dein Followers. Tut mir leid, dass keine Loids angezeigt werden. Ich muss das irgendwie mal wieder fixen. Machen wir da mal kurz den Lieferenboden hin. Und Holzboden heißt der. Ich muss auch viel malochen. Ja, ja, ja. Systemrelevante Jobs und so. Heute ist der Anfang von der Mai-Feier-Dings. Und jetzt ist mein Service-Center geschlossen, weil Umbau... Oh, scheiße. Haha, das ist ja super. Aber du kriegst halt morgen dein Mai-Feier-Ticket. Das ist ja auch warm. Der perfekte Tag. Voll gut. Dschungeltapete. Für die Muschel. Ich im Praxis-Blog auch. Hätte eigentlich nur Theorie. Und jetzt musst du trotzdem arbeiten. Das ist ja auch komisch. Ich hoffe, es gab in der Vergangenheit keine coolen Saisonal-Items bei Nuke-Shopping. Ich habe es heute erst entdeckt. Habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen. Aber ich glaube, das gab es vorher nicht. Es gab ja extra eine Info dafür. Reicht angrabbeln? Auch bei der Kleidung? Ja, ja, die kannst du dann auch bestellen. Es gibt was kostenlos. Ein Mai-Feier-Rei-Ticket. Turin Lu! Ronny! Danke für das Sub an Herr Sohne. Auch wenn es ohne Musik ist und ohne Anzeige und so. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Again, wenigstens die Smileys kommen hochgefleucht. Ich muss das jetzt mal ganz kurz was aufrägen. Ich schmeiße mal kurz den Boden hin. Aber bitte wieder zurücklegen, weil ich finde den Boden toll. DIY und Saisonal-Items, so wie die Sachen von Sahara, kann man nicht selber bestellen. Danke! Hey, wie die Mumpets mich rumschiebt. Und wo ist die Muschel hier? Muschel! Stehen bleiben! Ich muss mal den Boden wieder... Ich muss noch immer so viel umbauen. Ja, du, Eko. Du darfst gerne rumkommen, Karsu, klar. Kistenstein, moin! Schön, dich zu lesen. Ich hoffe, es geht dir gut. Wer liebt, der schiebt. Mir geht's gut. Ja, mir geht's auch gut, soweit ich hab heute frei. Das ist sehr, sehr angenehm. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Herr Sohne, für den, äh, zweiten verschenkten Sub heute. Voll lieb von dir. Hallo, Johnny, willkommen zurück. Ich habe ein wunderbares Item für dich in der Schneiderei, was super zu dir passt. Und ich muss komplett meine Insel mal plätten. Und zuerst muss ich eine Lösung für die Blumen überlegen. Kann man nicht im Haus lagern. Ja, das ist ein bisschen anstrengend, das stimmt. Die Bäumchen ja auch nicht. Pass auf, Leon. Will ich Shopping? Ach, Gott. Ronny, nicht Sohne. Ich habe doch gesagt, Ronny, vielen Dank für das, äh, für das geschenkte Sub, oder nicht? Ja. Das ist quasi der perfekte Pulli für dich. Habe ich gesagt, äh, Sohne, danke für den Sub? Ich meine natürlich, äh, Ronny, danke für den Sub. Sorry. Hehe. Äh, wenn's auf deiner Insel regnet, musst du da alle Gäste reinholen? Nee, 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 nee. Entschuldigung. Hier, also das wäre der perfekte Pulli für den Leon. Kam am Montag nach drei Wochen Kurzarbeit wieder in die Firma. Das erste, was ich hören durfte, ja, brauchst nur heute und morgen herkommen, dann hast du Wochenende. Sprich wieder zwei Tage Kurzarbeit. Oh Mann, ey, diese Kurzarbeitsgeschichte mit Corona und allem, das ist schon echt anstrengend. Was das angeht, bin ich froh, dass ich ganz normal weiterarbeite und mich das nicht betrifft. Andererseits ist man natürlich irgendwie, denkt man, alle bleiben zu Hause und haben Homeoffice und dies, das und man selbst muss arbeiten gehen. Aber, naja, im Endeffekt ist es, glaube ich, besser so. Ronny, bin raus. Ich danke dir trotzdem nochmal für die zwei verschenkten Subs, mein Bruder. Vielen Dank für die Unterstützung. Macht dir einen wundervollen Tag und schön, dass du trotzdem reingeschaut hast, auch wenn dir das Spiel zu doof ist. Chatte mit uns. Der Kasu, der ungeschickte Künstler. Der Kasu sieht ja auch so aus wie ich, also von der Frisur her zumindest. Ja, vielen Dank nochmal, Frau Mumpitz, für die Kamera. Die ist wirklich super. Sehr froh, dass du arbeiten darfst. Ja, 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 genau. Deswegen sage ich ja, man denkt die ganze Zeit so, hm, 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 ist irgendwie doof. Man möchte auch frei haben. Aber, an sich ist es tatsächlich besser, wenn man, wenn einem die Arbeit erhalten bleibt und man da nicht eingeschränkt ist. Die Muschel sammelt die Muschel auf. Gruppenfoto, können wir machen. Ja, wo wollen wir es machen? Auf dem Rathausplatz, hier. Wesentlich. Wie der Oing jetzt das Arm-Bendel-Dings an. Hast du die Tapete nun gemacht? Ja, die habe ich der Frau Muschel gegeben, ja. Komm mal rin hier, Kasu. Trau dich. Hm. Ist das Feuer so ein bisschen im Vordergrund? Ist irgendwie doof. Weil, vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Komm mal ran, Lüttke. Nicht gucken von außen. Lüttke, komm her hier. Nicht mit deinem Hut im Bildesrand stehen. Und Kescher weglegen. Krass. Sehr gut. Jetzt kommt jemand zu Besuch. Lüttke, jetzt guck doch mal in die Kamera. Mann, das funktioniert hier nicht mit dir und den Fotos. Lüttke. 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 Jetzt guck doch mal in die Kamera. Eugen. Sag mal. Geht's noch? Eugen. Oh, jetzt feste ich die Lüttke an den Kernskin. So. Dreimal Benni, wer tötet mich? Gar nicht dreimal Benni. Boah, wie der Eugen guckt, voll traurig. Äh, hab jetzt wieder drei neue Nachbarn, was denn für Nachbarn? Einmal mit Profis arbeiten. Soll ich auch noch kommen? Dann sind es vier Bennis. Ja, stimmt. Aber Fatima, Julian und Apollo. Fatima? Gerückt. Ich gucke mir aktuell ein RC-Car, ein RC-Car-Kamera zu. Achso, Kamera zu. Hahaha. Lul. Guten Morgen, kleines Etwas. Hallöchen. Ich hoffe, es geht dir gut. Was ist denn RC? Benni, schließ doch mal das Fenster. Ja, ist ja gut jetzt. Das klopft. Geh mal ran. Geh mal zur Tür, ey. Hahaha. Klopft dein Telefon. Hahaha. Hahaha. Da. Da. Die einzige gute Frisur bei den Männern? Ja, schon. Irgendwo. Ich bin Detektiv. Oh mein Gott. Sag mal. Äh, warum bist du jetzt eine Frau? Geht's noch? Und warum bist du schwarz plötzlich? Hä? Du kannst dich doch nicht einfach so komplett verändern. Ich werde dich nie mehr wiedererkennen. Was ist die Tarnung? Schreiber. Adi. Moinsen. Herzlich Willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Frauenkostüme sind süßer. Woah. Ekelhaft. Kannst du auch meine Identität nicht einfach preisgeben? Der Daniel ist divers. Das kann natürlich sein, ja. Jetzt kommt der Leon auch noch. Der Besucher verlässt die Insel. Achso. Ich dachte der Leon kommt vorbei. Ich muss noch Medizin kaufen. Huch. Ja. Er sagte er muss Medizin kaufen und ging ins Rathaus. Super Idee. Johnny. Jetzt. Was ist denn mit dem T-Shirt? Mit den. Äh. Headset. Joa. Dingern da. Das passt so gut zu dir. Du musst dir das ja kaufen. Wir sind gar nicht befreundet. Ja. 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 Der Leon kann jetzt auch reisen. Er hat jetzt eine Switch und das Spiel nochmal neu. Boah. Habe ich doch eben gezeigt was für ein Headset. Junge. Passt doch mal auf einmal, wenn ich was zeige. Schreiber. Hast du gut geschlafen? Benni. Komm zu den Geldbäumen. Oh nein. Die Geldbäume. Bevor ich die drei Wochen Kurzarbeit hatte, war ich bei 60 Stunden Animal Crossing und nach drei Wochen waren es mal 285 Stunden. Alter Vater. Haha. Jetzt hast du eine komplett umgebaute Insel. Das was da jetzt sonst noch so im Chat steht, das überlese ich einfach mal gekonnt. Ist noch nicht mal richtig angefangen. Bei 285 Stunden noch nicht mal richtig angefangen. Ist ja crazy. Ich habe die Geldbäume nicht runter geschüttelt, also den heutigen 60 Prozent. Aber die wollen noch das Kurzarbeitergeld erhöhen oder nicht? Habe ich das nicht gelesen? Habe ich das nicht gelesen? Danke Eugen, dass du das Geld nicht runter geschüttelt hast. Zehntausend. Müssen die mich aufschreiben, wie viel das sind. Zehn. Ich bin eingesperrt. Mein Tarifvertrag kann sogar anders aussehen. 40 Prozent weniger sind für viele sehr wahrscheinlich bedrohlich. Muss ich es amzahlen oder könnte es auch einen reinzahlen? I don't know, nur wie das alles funktioniert. Johnny, bitte pass ein Mal, ein Mal im Leben. Ich zeige jetzt etwas, was nur für dich bestimmt ist. Ach, da ist jemand in der Kabine. Ich kann dir gar nicht zeigen. Ist bestimmt der Ikari wieder am shoppen hier. Benni, komm doch mal zu den Bäumen und schau mir zu. Was soll ich denn dir zuschauen? Wenn ich das von den Leuten gehört habe, legt das Amt in der Regel 20% auf. Ikari shop, das kann dauern. Ja, der muss ja sein Inventar mit noch weiteren 200 Items voll machen. Du bist nicht süß. Du kannst einfach wieder deinen vorherigen Avatar herstellen. Was soll das denn? Jetzt ist er wieder in der Umkleidekabine. Da kriegst du doch die Krise bei diesem Mann. Frau, was auch immer. Geht's zu Eugen? Da wollte ich mir doch auch mal zeigen. kann ich ja nichts dafür, dass man dasselbe Item in anderen Farben einzeln kaufen muss. Du musst ja nicht jedes Item in allen Farben kaufen, Daniel. Ja, man kann ganz nach unten. Das ist doch Brust. Qualitude. Das ist ja nicht... Das ist ja einfach nur so ein Deko-Item. Obwohl ich ein großer Orangischen Schwarz ist. sag mal, ist in Quarantäne. Ja, echt so. Komm, lieber nicht rein. Aber danke für den Hinweis, Eugen. Ich hatte ja Medizin schon gekauft. Oder? Ich muss bald meine zwei Joy-Cons einschicken. Die haben beide das... Ach, guck mal! Jetzt darfst du rein, oder was? Hallo, lass mich rein. Dann beide das Josh-Problem und das eine ist von der Smash Special Edition. Der Switch. Oh! Julian, Bärchen! Hallo, Julian! Moin! Ach, das ist ja nicht... Ja, Mann, ey. Ja, dann schick die mal ein. Aber scheinbar ist das ja wirklich häufig so mit diesem Drift-Gedünsel, ne? So, hier. Gehen wir mal zu Dagmar. Komm lieber nicht rein. Ich bin krank, wenn jemanden anstecken. Ach, jetzt darf ich auch nicht rein. Nur weil ihr nicht da seid, darf ich nicht rein. Alle Kochfelder bei Ikea wollen eine 32a oder 2x16a Sicherung. Ich habe nur 25a für den Herd. Ich weiß nicht, was ich da... Oh, das ist aber ein schöner Fisch. Boah, das ist ein Killer-Fisch, oder? Letztens hat mir eine Arbeitskollegin gesagt, sie hätte einen Killer-Fisch und die sahen genau so aus. Oder... Oder... Oh, schön. Ach, eine Angel habe ich nicht mehr, wa? Kampffisch, genau. Kampffisch, so war das. Woher weißt du denn, was du für eine Sicherung hast beim Herd? Ich habe da überhaupt keine Ahnung. Das andere ist ein Killi-Fisch. Ja, ich habe nur noch so Kampf, Killen, wie auch immer im Kopf gehabt und dachte, es wäre Killer-Fisch gewesen. Aber es heißt natürlich Kampffisch. Da hast du mal wieder recht, liebe Frau Niesmuschel. Poke-Kombo. Hallöchen, guten Morgen und Hallöchen auch. DJ Basic X. Hi, Tobi. Du Schnuffelhase. Wie geht's dir? Wie geht's euch allen, die ihr neu reingejoint seid? Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und hattet eine angenehme Nachtruhe und einen tollen Tag. Hi, Thomas. Ach, guck mal. Ihr kennt euch. Das ist der Felix. Wachsen Goldrosen nach? Also die Blüten? Ja, müsste eigentlich, oder? Ich habe in den Sicherungskasten geschaut. Okay. Datenblatt der Kochfelder. Herr Julian. Servus, Tobi. Ich kenne ihn. Sehr gut. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch wundervoll. Oh, Tobi und Julian und Felix. Ikari, du kannst dich doch mit dem Blumen aus. Ah, ich habe kein Eisenerz mehr in eine Tash. Sag mal, äh... Mumpi... Hattest du die Narrenschuhe auch mitgebracht, zufällig? Die habe ich irgendwie nicht. Im Inventar, glaube ich. Frag mich, was die Switch Lite-User machen, wenn die das Drift-Problem haben. Na, das Ganze, die ganze Konsole einschicken wahrscheinlich. Vielleicht ist das aber auch bei der Switch Lite nicht so ein Problem. I don't know. Ja, mach aber gleich wieder aus und leg mich schlafen. Okay. Dann wünsche ich dir weiterhin eine gute Nachtruhe. Okay. Schlaf gut. Was macht der Daniel da? Warum schwitzt der meine Leder-Coach voll? Das ist ja abartig. Ich mache mich wieder vom Acker. Will in drei Wochen Urlaub The Witcher anfangen. Liegt seit zwei Jahren rum. Liegt seit Jahren hier rum. King Kong, viel Spaß bei The Witcher. Ein wunderschönes Spiel. Genießt die Zeit. Und, ähm, ja. Schön, dass du da warst. Tschüssi. Ist ja ekelhaft, dass er das Sofa voll schwitzt. Ja, oder? Finde ich auch ekelhaft. Wie noch werde meine Sachen befummeln. Glückwunsch zu deinen 1300 Followern. Ach ja, Pokecombo. Danke für den Follower übrigens. Habe ich jetzt 1300? Uh, muss ich gleich mal aufschreiben hier. 1.5.2020. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Und danke, Thomas, für die Glückwünsche. Also den Luftzirkulator und den Wasserkühler würde ich, äh, behalten. Und den Werkzeugkastenbrecher auch. So, wer weiß, kann da mitnehmen. Du bist's. Irgendwie schaust du ein bisschen bedrückt, Benni. Hä? Was? Nein. Lass mich wenigstens anfassen. Nee, ich lass dich nicht anfassen, Daniel. Ist ja ekelhaft. Ich bin doch nicht, äh, eine billige Nutte. Ach, hier sind die Nachhandschuhe. Ah. Ja. Luftzirkulator. Danke. Oh Gott. Was denn, Muschel? War das zu viel? Falsche Antwort, hätte ich sagen müssen. Für nur 20 Subs. Ah, nee. Ich bin nicht so der, der Beta. Für Bias stinkt. Oha. Aus dem Weg. Ich muss an meinen Spiegel. Nö, ist alles gut. Vielleicht habe ich einfach nur konzentriert geguckt. Herr Topi. Topi. Ein kleines Schnuffelhäschen. Topi. Los, schaust du an. Nee, schaue ich nicht. Eugen, dreh dich bitte um. Ich ziehe mich ja jetzt, äh, um. Also, ne? Weißt du Bescheid? Äh, hier, die Hose. Äh, die ist auch ein bisschen strange. Ich finde einfach, das passt super dazu. Ey, du hast dich nicht umgezogen. Äh, umgedreht. Entschuldigung. Bin hier in seiner ganzen Pracht. Schaust dir an, wie hässlich du schauen kannst. Ach, kann ich nicht. Das ist auf dem rechten Bildschirm und da habe ich das Switch-Bild. Tut mir leid. Das muss ich mir später nochmal angucken. Oh, jetzt ist das die ganze Zeit in Dauerschleife. Jetzt muss ich jetzt hier umschalten. Vielen Dank, Tobi. Das ist ja eckerhaft, ey. Das kommt nie wieder raus aus dem Internet. Das ist doch scheiße. Jetzt bin ich bedrückt. Der Bio-Camper-Leon? Kann man als Follow-Sound nehmen? Was denn? Hä, was? Dann hatte ich ja wenigstens recht. Rechthaben ist nicht alles im Leben. Upsi. Noch eins. Ja, wacker, wacker. Der Leon. Sieht aus wie Dalin. Noch ein Benni. Ah, Rechthaben und Recht kriegen sind zwei unterschiedliche Dinge. Kommt der Jura-Student wieder um die Ecke? Recht und gerecht auch. Aber dafür redet hier keiner. Schuld haben und Schuld kriegen übrigens auch. Das hat mich in Berlin gelehrt. Naja, Tobi. Ich sag mal so. Ganz unschuldig warst du ja nicht dran. Also, wenn man... Ne? Wirst du Bescheid? Warst du sicherlich nicht der einzige Schuldige? Aber... Ist halt dumm gelaufen. Wenn du nochmal die Augen verdrehst, knallt's! Du warst überhaupt nicht dabei, Benni. Ja, ha, ha, ha. Aber wenn jemand links abbiegt... Dann... Muss man halt gucken, dass man nicht in Autos reinfährt. Benni, wer bastelt gerade? Äh, der Jesko. Ganz oben im Norden. Norden links. Das ist das oberste Haus. Ein Pumerang, genau. Hat er letztens in der Vorratskiste die Rakete drin, die man für den Heldenroboter braucht? Uuuuuh, crazy. Ich hatte schon zwei, dreimal diese Technikteile und wusste nicht, dass man die irgendwann braucht. Uuuuuh. Und dann, in irgendeinem Stream hab ich die mal verkauft. Und dann hieß es, ja, die hinterher... Ja, nö, die brauchst du für den Heldenroboter. Ja, und nun stehe ich da. Samma, Assain. Hallo, Makun. Tu, äh, äh, Flo. Hi. Man braucht ja 50, ob du in drei mehr oder weniger hast. 50 Stück, alter Vater. Alter Vater. Moin. Geht's dir gut? Wir machen hier einen Star-Wettbewerb. Will endlich das Lachen haben. Das Lachen? Das hab ich. Tobias, wenn etwas gekommen wäre, dann hätte ich dir schon Bescheid gesagt. Das Lachen hab ich. Guck mal. Eben aufgestanden. Voll gut. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Vor den Heldenroboter braucht man 30 rostige Bauteile. Die Goldrüstung, die Rakete, 90 Eisenherz und 10 Gold. Alter Vater. Das ist ja, äh, ne heftige Scheiße. Warum schiebst du mich hier durch die Gegend, Leon? Und was soll dies? Ich glaub, es suckt. Vor zwei Wochen. Ich dachte echt, der ist einer der besten Paketdienste. Naja, aber wenn man Geld für irgendwas haben möchte, dann sind doch alle, alle Unternehmen der Welt langsam. Immer schlafen wie ein Stein. Sehr gut. So muss dies sein. Ich hab auch gut geschlafen. So, Leon. Hast du dir jetzt das T-Shirt gekauft mit den Kopfhörern, die hier runterhängen? Das perfekte T-Shirt für dich. Pulli. Kaufe es dir bitte. Ist dir noch nicht gezeigt. Doch, habe ich gezeigt. Müsste mich mal belesen, wie lange die dafür Zeit haben, dass man Strafzinsen ver... Strafzinsen. Was denn für Zinsen? Es gibt heutzutage keine Zinsen mehr. Domi. Oder du kaufst dir alle Roboter auf E-Day für 4 Euro. E-Day? Was ist das? Mann ey, ich will heim. Ich weiß nicht, wer hier irgendwie in irgendwelchen Fenstern umhängt. Hallo, alle mal aus ihren Fenstern rausgehen. Also shoppen ist niemand. Da bestimmt wieder jemand AFK und im Inventar. E-Bay. Achso. Wie ich ein schlechtes Gewissen hatte und dann bemerkte, ich bin ja bei mir auf der Insel. Möchte mein Windows nicht zu machen. Warum nicht, Herr Sohne? Warum nicht? Wack! 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 Geh, Schirm. Du warst bestimmt im Inventar. Freundchen. Ja, die Datenblätter von Kochfeldern durchschaue. Leon, jetzt geh bitte in die Umkleidekabine und guck dir den Pulli mit den Kopfhörern an. Zack, zack. Los. Erstmal Veggie-Schirm verstanden. Weg, Geh, Schirm. Nein, geh nicht. Doch, du bist schön, dass ich nicht weg konnte, Ikari. Ja, echt mal. Du hast die Muschel die ganze Zeit aufgehalten und jetzt beschwerst du dich. BfK im Flughafen. Ja, 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 ja. Na ja, geht doch. Guck mal, in Fleischfarben hat er sich den gekauft. Sehr gut. Passt super. Nein! Jetzt geht der Daniel! Oder die Daniel, ich bin mir nicht so ganz sicher. Eine Insel voller Bennys, ja. Das Daniel. Das kann sein. Die Daniel, die, das ist deutsch. Die Daniela. Ich bin eigentlich auch in der sie. Alles, Eugen? Das wisst ihr gar nicht. Lüge nicht. Ja, ja. Die Benni kennt die Szene nicht. Nö, kenn ich nicht. Ach, der Kasu ist ja auch noch da. Ich wäre auch gerne eine sie. Damit du jeden Tag deine Möpse anfassen kannst, Tobi, oder was? Frauen machen das nicht. Ich würde das tun. Wenn du eine Frau wärst, dann würdest du das nicht tun. Glaube mir. Der Kasu hat ein cooles Nuke-Phone-Design. Das ist bestimmt selbst gemalt, oder? Die Muschel. Die Muschel. Ich kenn mich halt aus mit Frauen. Der leeren und blauen Pulli. Das passt super. Die Bewohner sprechen mich mit die Touristinnen an. Stimmt, ja. Siehste mal. Komisch. Rühnpreis von 51. Bär bietet weniger. Ich glaube, ich habe irgendwas mit zu 60 oder so. Du willst ja nicht nach Erfurt kommen und mal Wingman spielen, wenn du dich mit Frauen so auskennst. Tja. Hast es nicht verdient, dass ich dein Wingman bin. Aber Eugen, ich habe doch ein Bild von dir hier hängen. Da sieht man keine Brüste. Also kannst du gar nicht weiblich sein. Ich habe Rühnpreise für 500+. Nein. Selbst gemalt. In echt. Ich habe auch ein selbstgemachtes. Ach, cool. Frauen wollen immer nur das, was sie nicht kriegen können. Regel Nummer 1. So wie dein Problem wäre, dass die Frauen dann mehr Interesse an Benni hätten, als an dir. 578 ist dein Rühnpreis. Echt? Crazy. Das hätte ich mal früher wissen müssen. Wir haben es so für 400 verkauft die Woche. Aber es war auch gut. Warum hast du denn so einen krassen Rühnpreis? Hast du gecheatet? Oh, gestern schon für 178 Euro. Super. Geil. Der Fakt, dass er nicht auf sich steht, würde das noch verstärken. Verrückt. Der Flo. 578. Ist schon heftig. Nein, real. Was? 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 Was ist los, Julian? Eine Frage. Nutzt jemand regelmäßig mehr als zwei Kochfelder? Regelmäßig nicht, aber manchmal schon, Herr Sohne. Manchmal braucht man mehr. Uh. Ja, die Frau Mumpitz hat einen Thermomix. Das ist was ganz Besonderes. Das ist High-Tech. Küchenutensil. Was aber auch ziemlich teuer ist. Schade, obwohl die ihn gerade teilen heute. Nur wenn ich gemeinsam mit jemandem koche. Also, ich hatte letztens zum Beispiel, äh, die Pfanne, äh, für Leberkäse, ein Topf für Sauerkraut und ein Topf für Kartoffelbrei. Aber sehr regelmäßig benutze ich nicht mehr als zwei. Jetzt habe ich Hunger. Ich kriege auch langsam Hunger. Aber ich hatte heute Morgen auch nur eine Trinkmahlzeit. Und das war schon um 7 Uhr irgendwas. Ich will wieder normal essen. Was heißt denn normal essen? Warum isst du denn jetzt nicht normal? Bist du zu fett geworden? Machst du jetzt Diät oder was? Vier Felder sollte man schon haben. Die Einschränkung, wenn man sie braucht, ist schon groß. Ich hatte heute Morgen auch eine Trinkmahlzeit. Einen Kaffee. Darf ich dir auch einen Link posten? Denn ich weiß nicht, ob du es kennst. Ja, brauchst du euch einen Link, Thomas? Nimm lieber vier, Herr Sohne. Also, du brauchst schon ab und zu mal mehr als zwei. Oh mein Gott. Ist das jetzt Eugen? Eugen hat sich eine weibliche Frisur gemacht. Vielleicht, weil ich meine Gusche nicht aufkriege? Ja, sonst hast du immer so eine Riesenklappe und jetzt heulst du rum. Jetzt geht das schon wieder da. Mann, ey, warum geht das denn hier auf? Willst du mich eigentlich verarschen, Computer? Nee, kenn ich. Kenn ich nicht. Ich bin nicht so der Simpsons Fanatiker tatsächlich. Also, ich habe da zwar sicherlich mal reingeschaut, aber das war es denn auch. Ja, dann erinnere mich daran, dass Benni erstmal eine Stelle kriegt, wenn ihr dann irgendwann hier sein solltet. Ach, den Afrika-Toto. Ja, den habe ich doch letztens im Dings gepostet, im Discord, wo die ja Afrika gespielt haben. Aber das ist ja hinterher bearbeitet. So, der Eugen zieht sich wieder um. Da gehe ich mal schnell. Nicht, dass ich ihm noch was weggucke. Beziehungsweise wir alle. Na toll. Okay, Alexa, erinnere mich daran, dass Benni erstmal eine Stelle kriegt, wenn er irgendwann hier sein solltet. Du musst übrigens nicht okay Alexa sagen. Es reicht auch, wenn du Alexa sagst. Oh, guck mal. Soll ich mich mit Eugen auf die Hollywood-Schaukel setzen? Passen wir da beide drauf, nächste Planen, ne? Oder? Müsste vielleicht. Bin zu fett. Ah, nee. Huhu, ich habe Misuzu. Weiß, hast du bitte? Was ist Misuzu? Alexa, Siriko, Rotana. Ist okay, Geil noch verlieren. Na klar. Ist dir kalt? In deinem Unterhemdchen? Aber Google hast du noch vergessen. Okay, Alexa, siehe die Cortana, Google. Glückwunsch, ich habe Gruner. Ach, das ist auch ein Bewohner oder was? Oh Gott. Moinsen, Juri. Ich habe nur... Also ich habe nicht so spannende Bewohner. Außer den Weber, den mag ich ganz gerne. Den mag ich ganz gerne. Wenn ich jemanden kenne, der nie Mensch, nie Mensch statt niemand sagt, wegen Gendern und so. Man kann auch übertreiben, ist natürlich eine Frau. Frau Muschel, das ist ja wundervoll. Niemensch, da muss man erst mal drauf kommen, wie doof ist das denn? Boah, was ist denn das für ein komischer Käfer hier? Hallo, bleib mal hier, Junge. Wer bist denn du? Oho, ein Schwimmkäfer. Dass ich dich gefangen habe, ist hoffentlich nicht schlimm, Käfer. Haha. Moment, noch mehr kann ich nicht tragen. Nie Mensch hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. Das Klatschen klingt so, klingt nicht so jugendfrei, wenn man das so im Hintergrund hört. Tobi, du bist echt eine versaute Drecksau. Achso, ich kann ja nichts spenden, wenn jemand zu Besuch ist. Was wollte ich denn jetzt gucken? Proofed me wrong. Ich weiß nicht, wie sich das bei dir so anhört. Aber, naja, egal. Oh, der Eugen hat sich sehr weiblich gekleidet jetzt. Der Kasu schreibt was ans Board, das finde ich super. Äh, was wollte ich denn jetzt gucken? Ich habe es vergessen. Toll, dass du einen Kampffisch gefunden hast. Mr. Leon. Freut mich sehr für dich. Der Leon ist so ein Arsch. Das ist bestimmt, das ist bestimmt ein Kampffisch. Mach deine Angel da weg. Ey, du Drecksau. Und Frosch, den habe ich auch noch nicht. Runter von der Insel. Du Sau. Du kohlst meine ganzen tollen, äh, Viecher hier weg. Sehr unfassbar. Mano, was soll dies? Jetzt habe ich das Klopfen gehört. Oha, Eugen. Du bist sehr weiblich geworden. Was ist da los? Den Kampffisch findest du übrigens nicht im Teich. Ja. Leon, mach deine Angel da weg. Ja, echt, ey. Weg mit der Angel. Oh, der Spielwagen. Guck mal. Mrs. Flamingo und Mr. Flamingo. Wo ist denn hier? Ach ja. Das ist ein Luftzirkulator. Okay. Was hat man noch? Eine Wasserkühlung, oder? Wo ist denn die Wasserkühlung? Wasserkühler. Ach so, das ist das Ding. Okay. Stehe. Ach, die Werkzeugkasten-Dings ist. In eine Angellegende. An der Tafel was zu machen, ist echt belastend. Was zu malen, wahrscheinlich. Ja, das ist anstrengend. Das stimmt. Vor allem mit den Sticks. Wenn du das mit dem Touchscreen von der Switch machst. Geht das aber so. Oh mein Gott, wie cool. Hast du das jetzt mit den Sticks gemalt? Das ist ja völlig crazy. Danke, Kasu. Für das Gemälde. Hm. Voll cool. Ein Angel bleibt da, wo sie ist. Ob du hier bist und nicht. Malen auf der Switch ist ein Kampf. Ja, wer kann denn schon mit so komischen Sticks malen? Also ganz ehrlich. Ja, das ist ja schon echt ein krasses Kunstwerk, was der Kasu dahin gezaubert hat. Guck mal, 2500 Sternis fliegen da rum. Und Frau Muschel sagt, sie hat keine Ritterfalter mehr. Ach, das ist ja ein Regenbogenfalter. Das wusste ich natürlich. Also mit den Sticks könnte ich sowas nicht malen. Ich hatte ja schon Probleme, einen Keks zu malen, letztens. Vielen Dank auf jeden Fall. Für dieses Gemälde. Wie du dich auskennst. Ja, oder? Gut, ne? Richtig gut. So, jetzt. Hört mal auf, hier meine speziellen Fische wegzufangen. Ich brauche auch welche. Das ist bestimmt ein Kampffisch. Pass auf. Oh. Ey, wenn der Leon jetzt hier ankommt und den Fisch wegfängt, dann klatsche ich ihm ein. Ja, klar. Jetzt geht ein Besucher weg und dann ist der Fisch wahrscheinlich auch weg. Da, 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 da. Hallo? Leon, ich schmeiß dich gleich von der Insel, ey. Ja, kein Problem. Immer wieder. Sehr gut. Heute dauert das Laden wirklich sehr lange insgesamt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich hoffe, die Sachen wurden gespeichert. Guten Morgen, Freunde. Hallo, Sophie. Hallöle, hallöle. So, jetzt ist meine Insel wenigstens frei von Besuch. Und ich kann hier wieder schalten und walten, wie ich möchte. Ich war hier. Oh, Mann. Das Gemälde von... Oh, nö. Das Bild von Kasu ist weg. Oh, nö. Oh, nö. Kein Frosch und kein Kampffisch. Ich habe mein Kleid verloren. Ja, ist ja super, dass das alles so zurücksitzt. Meine Zeichnung ist weg. Das ist mein Glück. Nein, das ist kein Glück. Das war voll schön. Das macht mich traurig. Nicht mal mehr den blauen Pulli. Da muss ich wohl noch mal aufmachen. Das ist doch kacke. Also ich meine, wir waren jetzt so lange hier und jetzt hat er das komplett zurückgesetzt. Voll doof. Ich werde zurückkommen, um meinen Pulli zu holen. Ich gebe nur mal kurz schnell dem Teddybärchen die Medizin. Damit die nicht noch an Corona stirbt in der Zeit, wo wir uns hier vergnügen. Ich werde fünf Tage frei, um neu zu quetzeln. Tja, es ist auf jeden Fall im Stream festgehalten, dass es dieses Gemälde mal gab. Ein Wissensblazer. Dich ist immer Verlass. Na gerne. Habe ich doch gern gemacht, liebes Dankmarchen. Na gut, ich würde sagen, dann mache ich jetzt nochmal die Insel auf. Aber ich glaube, den Stream werde ich dann beenden. Und mich einfach so in den Discord so ein bisschen chillen. Und euch zum Manu rüberschubsen, der Planet Zoo spielt. Weil da gibt es ja jetzt erstmal nicht so viel Spannendes hier zu sehen. Wobei ich könnte noch das Mai-Fliegerei-Ticket-Ding machen. Aber vielleicht mache ich das auch später. Oder wir streamen später eine Runde Sea of Thieves. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich kriege langsam Hunger und darum werde ich vielleicht auch ein bisschen was kochen. Darum steht da jetzt eigentlich Version 1.2.0 und nicht mehr 1.2.0a. Stand das nicht vorhin da mit A? Ich weiß es nicht mehr. Gute ihr Lieben. Dann A hast du verloren. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dabei sein. Wie immer. Ich danke für die ganzen neuen Follows. Und zwar an Kikio, Dennis, Antonia und Pucke-Kombo. Und wünsche euch einen wundervollen Tag. Danke Ronny nochmal für die zwei verschenksten Zaps. Und okay, dann gehe ich frühstücken bis dann. Bis später. Jawohl. Bis später. Ich höre mich jetzt in den Discord chillen. Ich freue mich, wenn ihr auch mit dabei seid. Und vielleicht kommen wir später nochmal online mit einer Runde Sea of Thieves. Oder einer zweiten Runde Animal Crossing. Und bis dahin einen wunderschönen Tag euch. Lasst es euch gut gehen. Und bis denne. Tschüssikowski. Tschüssi. 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 Vielen Dank.